Hey Deutsche und Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's Karolina und heute drehe ich ein kleines Video, daher weil wir jetzt ein neues Fohlen bekommen und ich habe mich gerade um die Rubinesca gekümmert. Das ist die kleine süße Ratte hier und jetzt gehe ich noch zu Maya und Rocky und ich weiß das Licht ist jetzt nicht so gut aber wenigstens stellt meine Kamera bzw. mein Handy halt scharf. Nun ja, es ist halt jetzt schon etwas später und es ist dunkel, also wird jetzt langsam dunkel und ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal zu Rocky und Maya. So, wir sind auch bald schon da. Jetzt wird sich ein bisschen sagen, ob sie weit entfernt sind und da sind die kleinen Ratten. Na, Maya? Hallo. Oh, hier ist das Licht ja wirklich sehr schlecht. Tut mir leid, Leute. Na, Rocky? Ja. So, ich habe die zwei Süßen gerade ein bisschen gestreichelt und habe ihnen noch mehr Futter gegeben. Ähm, ja. Also, ich meine damit, ich habe sie ein bisschen verbunden mit Karotten und so. Karotten mögen sie ich ganz gerne. Und ja, ich höre schon hinten ein Traktor kommen und ich glaube, das Fohlen kommt auch langsam. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. So. Hallo, das Fohlen ist da. Hallo? Ja, ich bin da. Ah, hallo. Sind Sie Katrin Bloss? Ne, ne, ich bin Karolina Fuchs. Ähm, meine Freundin Katrin Bloss kann gerade leider nicht. Sie muss was ganz Dringendes machen. Und sie hat mich darum gebeten, das Fohlen dann aufzunehmen, sozusagen. Okay, kein Problem. Sind hier nicht noch mehr Frauen auf dem Hof? Sie können doch nicht alleine mit Katrin Bloss sein. Alle Frauen, die hier auf dem Hof sind, sind Freundinnen. Also, wir sind alle Freundinnen und, ähm, ein paar können nicht und manche haben jetzt gerade frei und so. Ja. Ah, super. Tut mir leid, dass ich sie so ausgefragt habe. Kein Problem. Äh, können Sie das Fohlen drasseln? Ja, klar, mache ich schon. Haben Sie auch schon einen Namen? Ne, noch nicht. Äh, Katrin wird sich noch einen Namen überlegen. Oh mein Gott, Leute. Sie holt jetzt den kleinen Pratz raus. Das Fohlen werde ich dann gleich richtig zeigen. Hier seht ihr euch schon die Beinchen. Ah, ah. Ja, oh, oh, der ist so knuffelig. Oh, süß. Haben Sie schon einen Fischstrick jetzt? Äh, ich gehe gerade einen holen. Ich bin so aufgeregt irgendwie. Zum Glück, Leute, haben wir einen Fohlen für Strick. Sonst haben wir ja immer nur für Erwachsene Fälle einen Fischstrick gehabt. So, ich habe einen. Ah ja, das ist ja super. Dann können Sie das Fohlen ja raustun. Ja? Rausholen, meine ich. Ja. Brauchen Sie Hilfe? Ne, 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 geht schon. Aber Sie können, also könnten Sie bitte dann da stehen, falls das Fohlen ausrastet oder so? Ja, klar, kann ich machen. Alles gut, mein Junge. Du bist jetzt zu Hause. In deinem neuen Zuhause. Na dann, komm. Super. Mensch, bist du süß. Und deine Fellfarbe ist so schön. Ja, ich habe mich auch in dieses Fohlen verliebt. Nun ja, ich kann das Fohlen ja selbst nicht behalten. So, ist wieder zu. Gut. Na, Ihnen scheint das Fohlen aber auch gut zu gefallen, oder? Ja, mir gefällt das Fohlen echt gut. Oh, du Knuffilein. Aber ich habe auch ein süßes Fohlen. Das sieht eigentlich genauso aus wie der kleine Fratz. Nur in einer ganz anderen Fellfarbe. Oh, dürfte ich das Fohlen mal sehen? Na Logo, kommen Sie mal mit. Das ist es, kleine Schätzchen. Es ist ein kleiner Hengst und heißt Rocky. Und das ist das Fohlen von der Maya. Ach, das war aber ein süßes Fohlen. Na, wäre schön, wenn die zwei befreundet werden, oder? Oh ja, werden sie bestimmt. Da hinten kommt eine Frau. Ist das Katrin Bloss? Hä? Oh ja, tatsächlich. Katrin, dein Fohlen ist angekommen. Es ist so zuckersüß. Ach, nö, ist das knuffig. Hm, da fallen mir aber schon ein paar Namen ein, wenn ich den Schatz sehe. Ach so, du drehst dein Video. Pst, den Namen werde ich aber noch nicht sagen. Beziehungsweise die Namen, die ich gerade im Kopf habe für den Schatz. Und welches Geschlecht es ist, sage ich auch noch nicht. Na, hallo, du bist ja so unendlich knuffig. Du kleiner Sweetie. Und nein, Sweetie wird er oder sie nicht heißen. No, bist du knuffig. Guten Tag, Katrin Bloss mein Name. Hallo, Angelina Kohl mein Name. Vielen Dank, dass Sie meinen Fohlen hier munter und gesund hier hingebracht haben. Ach, das ist doch mein Job. Okay, vielen Dank. Ach, ich wäre gerne noch hier ein bisschen zum Blaudern geblieben. Aber ich muss leider. Arbeit ruft wieder. Okay, ciao. Tschüss. So, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich hatte gedacht, dass das Video viel länger geht. Aber, naja. Katrin wird sich jetzt noch ein bisschen um den Schatz hier kümmern. Und bald wird auch die Mutter von dem Schatz kommen. Nur die Mutter, die muss halt noch woanders bleiben. Denn sie hat eine lebensgefährliche Krankheit. Und deswegen uns... Katrin wollte sowieso gerne die Stute mit dem Fohlen holen. Und das Fohlen ist auch noch sehr jung. Und bald kommt dann die Stute auch. Und darauf freuen wir uns auch sehr. Ganz besonders Katrin. Oder, Katrin? Was hast du gesagt? Ach, egal. Du bist ja so verschmolzen in dem kleinen Fratz hier. Nun ja, das war's jetzt mit diesem Video. Und dann... Ciao, Leute. Hey, Katrin, sag tschüss. Was? Oh, äh. Ciao, Leute. Muss der kleine Fratz hier schon hier ein bisschen wälzen. Hm. Prr. Peace out. Peace out. Peace out.